Hallo und herzlich willkommen zu einem World of Tanks Quickie. Ich habe heute einen kurzen Ausschnitt rausgesucht, in dem wir mit unseren E25 hier auf Westfield auf die rechte Seite vorfahren wollen, und zwar nach J0. Und ja, wir kommen ja auch einigermaßen voran, und dann passiert folgendes. Nilo da vorne nimmt Schaden von dem gegnerischen E25. Laut X4 er mit ziemlich guter Spieler. Über 20.000 Gefechter. Okay, dann nehmen wir den erstmal raus. So weit, so gut. Aber irgendwie wird immer noch auf ihn geschossen. Ja, dann sehen wir, dass ein ELC-AMX ganz oben rechts in der Ecke steht und spottet, und wir kommen an den nicht ran. Können ja nichts machen. Er ist natürlich auch gespottet von unserem Type 58 drüben, und entscheidet sich deswegen loszufahren. Und der kommt in unsere Richtung. Und dann macht er mich auf. Ich denke mir, okay, ich muss hier sowieso weg. Ich muss mich bewegen, und der Typ muss sterben, damit er nicht unsere Artikel killt. Und dann fahre ich einfach mal hinterher. Ich habe das Problem schon ausprobiert. Ich fahre hier 80 kmh bergab. Ja, er schlägt eine Haken rechts. Haken links und dann geht er ins Späulern und... Wehe. Weg. Leider nehmen wir jetzt auch ziemlich heftigen Schaden. Also, an den ELC-Fahrer. Gut gespielt. Es hat auf jeden Fall für eine Überraschung gesorgt. Okay, das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay, das war's.